Wir freuen uns dieses Jahr 50 Jahre Osthalbkreis feiern zu dürfen. Wir befinden uns hier im Museum der Gemeinde Essingen und ich bin froh, hier auch wohnen zu dürfen, denn es ist im Osthalbkreis einfach toll. Ich finde es hier schön im Osthalbkreis, weil es hier so schöne Wiesen gibt, schöne Wälder, wo ich richtig toll mit meinem Fahrrad fahren kann. Und ich finde es toll, dass es hier so viele Spielplätze gibt, wo ich mit meinen Freunden spielen kann. Und die ganze Familie, alle Freunde sind hier in der Nähe.